Hallo und herzlich willkommen bei Red Dog Gamble. Ich bin heute wieder auf Diagnachen Ticket und heute habe ich das Spiel Hero Wars. Das gleiche Spiel haben wir gestern auch schon mal gehabt, deswegen schnell starten, die Dailys heute fertig machen und dann ins Bett gehen. Fortfahren. Habe ich den Sound überhaupt an? Natürlich nicht. Erstmal meine Geschenke abholen. Das war's. Schade. Sonst etwas? Ich denke nicht. Nein. Gut, dann geht es jetzt los mit der Queste. Das wird ja ab und zu sowieso freigeschaltet und das stockt bestimmt wieder auf von 100 auf 200, von 200 auf 300 und 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 und. Werbung werde ich mir jetzt nicht anschauen. Nutze Erfahrungstrank. Oh, da habe ich jetzt ein Problem. Ich kann keinen Erfahrungstrank benutzen, weil meine Helden schon alle hochgelevelt worden sind. Eine Truhe öffnen. Vielleicht ist da ja ein Held drin. Oh, das war ein Held, oder? Hoffe ich. Ich kann mich. Ah, hier habe ich. durch mein level up konnte ich die leute weiter aufleveln ist das nicht cool so ich bin jetzt level 16 und meine charaktere level 20 machen wir weiter tauschen smart einmal die marktliste einmal tauschen und was kriege ich kämpfe dreimal in der arena jetzt wird es wahrscheinlich ein bisschen besser ausgehen wie gestern weil meine leute sind ja schon ein bisschen besser geworden nehmen wir diese 5 und greifen an schauen uns das ganze mal oh Nice. Ich brauche drei Angriffe. Ein paar Sekunden warten. Hier rechts läuft die Zeit. Und dann starten wir den Kampf. Oh, ganz locker. Ganz locker. 30 Sekunden muss ich warten und dann werde ich den hier nehmen. Weil er der ist mit der wenigsten Kraft. Leuchtet hier ein, oder? Und go. Da gehen sie wieder. 5 zu 0. Da. Das war nochmal ein Kampf. Und wieder ein Leben ab. Schließt die drei heroischen Missionen ab. Okay, da wollte ich ja jetzt die ganzen Sterne auf drei Sterne machen. Die ganzen Sterne. Die ganzen Missionen auf drei Sterne machen. Sprich, ich müsste den hier einmal spielen. Ah, den möchte ich über behalten. Probier ich mal mit Damage. Dann lassen wir mal den Tank zu Hause. 900 Euro. Das ist nicht so, dass ich nicht so sehr genug bin. Oh. 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 Jawohl, jetzt sauber. Ja, drei Sterne. Der ist der nächste. Jawohl, drei Sterne. Ja, drei Sterne. Ich habe gerade wieder vergessen, die Fähigkeiten einzuschalten. Ja. 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 Oh, Fähigkeiten einzuschalten, nicht vergessen. Meine Dailies fertig vom Plus-Deck, jetzt sind nur noch diese Dailies von denen hier. Und dann hoffe ich, dass ich nächste Woche den PC gewinnen oder die Drohung. Schusset, jawohl. Ja. Und wieder drei Sterne. Hart. Oh, ich denke mal jetzt wird einer sterben. Da bin ich ja mal gespannt. Ich denke der oberste wird sterben, der hier. Ich denke der. Das wird schmutzig. Oh, wenn ich doch gewinne. Mit fünf Sternen, äh fünf Leute. Mit drei Sternen. Ja. Ja. Hätte ich gerade nicht gedacht. Wo geht es weiter? Hier. Hier. Uh. Kapitel 3.1. Hier ist eins zu Ende. Hier geht zwei los. Hier ist zwei zu Ende. Und hier geht drei los. Probieren wir mal. Aber ich denke mal, das wird ganz locker flockig. Das sind die Orks. Oh, die schießen sogar durch das Schutzschild durch. Die ignorieren einfach das Schutzschild. Ach, die nicht. Und. Jawohl. Drei Sterne. Zehn Missionen haben wir noch, also vier Stück. Strecke den Straßenräuber nieder. Was Neues. Da bin ich jetzt mal gespannt. Das ist ein Träuber. 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 Jawoll! Oh! Drei Drohnen! Teamstärke 14.000. Ich habe noch nicht bei 9.000. Ich bin bei 6.000. 4 Missionen noch. 1, 2, 3, 4. 5 Missionen noch. Und mein Kämpfer ist down. Das heißt, ich muss meine Leute besser ausbilden. Erstmal sind hier ein paar Sachen, die mir geschenkt worden sind. Die werde ich jetzt erstmal alle einsammeln. Hier sind auch noch ein paar Sachen. Da auch noch. Da, Nutzen. Alle vier Truhen geöffnet. Nice. Und jetzt. Was ist das? Ah, Video. Nein, stopp. Kein Video. Es war doch ein Video. Aber ich habe was gekriegt. Einen neuen Charakter. Oder? Wo ist er? Hm. Dann hat er doch keinen neuen Charakter. Schweinerei. So, 666. Befördern. Geh nicht. Fährt das da oben. Ich brauche noch ein Schild. Ah, da war es so viel gedrückt. Entwicklung. Jawohl. Warum macht der keine Entwicklung. Ich habe doch den auch gezogen. Ich brauche den auch nicht. Ich kann das nicht umgehen. Deswegen. Nein. Wir werden hier nur noch drei Missionen. Jetzt ist sie wieder dabei. Wir machen einen Cup. Wenn ich verliere, kriegt sie ein Level ab. Ja, gut. Oh, das ist toll. Okay, geschafft haben wir es. Aber, nur mit zwei Sternen, deswegen gehen wir wieder zu den Helden und werden schauen. Die gehen alle auf Level 22. Gestern muss ich doch noch beim Händler einkaufen, heute nicht. Ich habe gar nicht mehr so viel Geld. 10, 10, 10, 10, 10, 10. Ach nein, komm noch einmal. 100, 100, 100. Okay, zweimal ist auch gut. Alles gekauft. Beförderung geht noch nicht. 10, 10, 10, 10, 10, 10. Einer fehlt mir noch hier. Dann habe ich noch einen Charakter. 6, 6, 7, 5. Geht noch nicht. 16 Sekunden noch. Die warten wir nochmal ab. Wir schauen mal den Skin an. Sieht aber böse aus. 15 Euro Watt. Geht da. Verrückt. Was kommt dann noch? 6, 6, 4, 1. Dann erstmal zum Tank. Da ist wieder ein Paket frei. Oh, ich habe die neuen Helden. Ich habe die neuen Helden. Wo ist er? Wo ist er? Da. Beschwören. Level Up. Und fertig. Ausrüsten. Gut. Gehen wir wieder da hin. Und probieren nochmal die eine Runde. Das sind meine 5 stärksten Kämpfer. Und dann probieren wir es nochmal. Und dann probieren wir es nochmal. Und dann probieren wir es nochmal. Ich glaube ich darf mit dem Tank nicht spielen. Der Tank macht zu wenig Schaden. Wir nehmen den Tank raus. Und setzen. den rein. Und schauen wir mal. Vielleicht sieht es ja jetzt besser aus. Also die Leute gehen schneller tot. Aber ist ja klar. Ich habe ja einen Damage Dealer mehr. Aber die gehen viel schneller tot. Aber es wird nicht reichen für 3 Sterne. Oder? doch. Es hat gereichen. Es hat gereichen. Es hat gereichen. Was ist los? Zwei neue Queste dazu gekommen. Die blauen wollte ich ja nicht machen. Okay. Zwei neue Queste. Oh. Schön. Drei Minuten. Verstehe ich nicht. Verstehe ich nicht. Auf VIP verbessern. Muss ich glaube ich 30 sein. Den kann ich starten. Hier sind sie in Gange. Oh. Jetzt muss ich ja 4 machen. Ein Artefakt. Ich habe noch gar kein Artefakt. Tja. Was soll ich dazu sagen. Hmm. Mhm. Wo. Ja gut, dann bin ich einmal bei, 4 Stück kann ich noch, starten, ist zu wenig. Ja, Artefakt habe ich nicht, oh, ich kann 10 Drohnen öffnen, oh, da ist ein Artefakt dabei, noch einmal, geht nicht, ich kann 1 sind öffnen, gut, und noch einmal, okay. Ah, da war noch ein Artefakt dabei gewesen, da, da ist es, jawohl. Ah, jetzt muss ich die Beine haben. Nice, oh, hier auch, das geht noch nicht, das auch nicht, und hier auch. Okay, jetzt sind D3 mit dem Artefakt, glaube ich, die stärksten bei mir. Das möchte ich gerne mal ausprobieren. Ah, ne, stimmt, das sind D3. Und, schauen wir mal, wie der Kampf endet. Oh, ich kann schnell kämpfen. Oh, ne. Oh, das ist nicht, aber auch, das ist. Oh, ich kann nicht mehr. Ok, das werde ich nicht schaffen mit 3 Sternen. Ja. Na gut, na gut, das war ja gerade auch nur ein Test gewesen, weil ich war neugierig. Bring den Artefakt. Das ist ein Geschenk. Da kriege ich ein Geschenk. Ok. Ok. Ah, so. Das ist das. Artefakte. Was sind die hier? Händler. 1000 habe ich. Hm. Oh, schon wieder 5. Brauche ich jetzt aber nicht. Gut. Also das waren die, 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 die. Dingens, Brummens, 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 Dingens. Die Dailies. Und, habe ich noch was vergessen? Nope. Ich denke nicht. Dann, Switch. Na, kann ich nicht. Dann mach ich. So, schließen. Dankeschön fürs Zuschauen. Ich werde mir jetzt mein Ticket abholen für den Rechner, den ich jetzt gewinnen werde. Hoffe ich. Oder die Drohne. Oder, oder, oder. Auf jeden Fall. Danke fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dahin. Viel Spaß. Und auf Wiedersehen. Ciao, ciao.